wenn die Tür aufmachen Fakt der Helm wir sind keine Schavaliere ich konnte gerade die ganze Zeit nicht durch die Tür durchgehen das konnte ich eben auch beschwerdigt beim Serveratmen das wurde klar ich habe eine Beschwerde ich konnte gerade eben nicht durch die Tür gehen ja, füllen sie erstmal Antrag A72B aus und dann passiert schon ein A8 und dann nochmal 100 Zettel 30 ich oh man mal äh dein Relaxo gib mir so auf den Sech kann man Relaxo nicht ausstellen, Simod? verdammt verdammt, der Mod wieso muss ich schon lachen ich habe keine Ahnung das ist ein Feature ja geh mal in Fossilien suchen oder was sag war ich eigentlich und dann bist du gestorben an der Spinne warum auch immer ich habe nichts zu sehen da war keine Spinne er war keine Spinne er stand bei mir auch aber ne? wollen wir zusammen gehen? ne tut mir leid, ich bin nicht schwul ne tut mir leid, ich bin nicht schwul ne tut mir leid, ich bin nicht schwul ne, mal mutig helf dir mal das ist nett ne ich bin jetzt so mal so ja wollen wir da jetzt auch Fossilien suche endlich oder? ich würde mitgehen stimmt, ich würde auch mitkommen so viel zur Hilfe ne, nicht was Fossilien will ich eh keiner haben ich finde die Pokémon die dabei rauskommen ein übelst Kräfte aero-dactyl mir ist egal, ich will einfach nur helfen dann lass uns mal los bohme, 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 bohme er bräuchte weil ich mach hier eh nix besonderes du weißt eh nicht in welche Richtung ich laufe du verirrst sich doch sowieso gleich hinter mir jetzt sei doch nicht gleich so, so, so abwerten zu ihm ich bin nicht, ich bin nicht abwerten, das ist nur Realismus wie das alles fühlt trotzdem erst noch etwas jünger, da musst du mal so ein bisschen, ne einfühlsam sein oder sowas ja, hallo, der müsste doch schnellere Beine haben verstehst du ja, einfühlsam der hat schnellere Beine als ich, ja, alten Sack und dann muss er, egal wo ich hinrenne fünfmal schneller da sein ah, ich muss dann die Heilmaschine Entschuldigung, das ist geboren, ne ich grad bei dir auch so komisch aus Entschuldigung, dass ich geboren bin nice ach ja hey, der hat hier mit ne Goldrüstung an hey, der hat Spiegelchein ah, Rhein-Hamurabi frag den nicht von mir stell, vorgenein, stell, vorgenein, vorgenein so, ich hab mein Spiegelchen jetzt leckt's erst recht ja, jetzt würd ich noch mehr legen ja, ich hab auch grad wirklich nur richtig ja fett Stammbild äh, nicht Stammbild, aber, ja ein Bild oh ja, ja genau, ich hab ein Bild, sag mal was zu wir müssen uns eben nicht überlegen, wie wir das Ganze hier flüssiger kriegen ob wir es tatsächlich den Server hosten oder sowas also Server hosten lassen von Nitrado Alter, was ist denn hier gemacht? ich mein, kostet ja auch nicht viel, ne nix ähm, Meteoritenschlag und so den müsstet ihr auch nicht bezahlen ok da reden wir dann gleich nach der Aufnahme nochmal drüber in Ruhe muss ja jetzt nicht das Publikum hier mitkommen genau kriegen wir noch Passwörter mit und sowas, muss ja nicht sagen eben ähm, muss ja nicht jeder wissen, dass das Passwort vom, äh, Nitrado Server 1234 ist oder Apokalypse habt ihr schon die Sounds reingemacht, die neuen Sounds? ne noch nicht noch nicht noch nicht das gibt's Sounds? ja, gibt's oh mein Gott, wir wären alle sterben, Sounds! hm oh mein Gott, dein Garrodos oh mein Gott, das ist meins das ist groß ich kann es nicht zurückrufen und das ist ein bisschen wärmlich du hast es zurückrufen bei mir ich habe was nur fast zu Großes über mich zu Hause? ich habe was nur fast zu Großes ich wollte jetzt noch irgendwas mitnehmen, aber ich weiß nicht was doch jetzt weiß ich's bedarf gab da was Kies oder sowas warte mal hier irgendwas zu essen noch da? ich hab grad nicht äh ja, ja ich hab 60 Brote ja dann lass mal was rüber wachsen wo bist du? und mach diesen Scheiß Regen aus! nein, das zählt und entschieden wirklich so man muss immer nur schimpfen, wisst du auch und geht in von der Leine wer essen will, der soll zu mir kommen schwer zuvor ja wo bist du denn? ich bin bei Mammut ich stehe auch bei Mammut ich bin in Rilaxo ja, wir stehen hier alle nur wir sind alle nur rumsteher wir sind alle nur rumsteher wir sind alle nur rumsteher auf dich meine Güte leckt ja, umme umfass übel, übel, übel wir überlegen uns nichts anderes ich braue Brote Brote was dann da mit dem Nitradoshörver dann funktioniert und sowas der kotzt mich mit Brotennasen yeah und hier noch zwei ja, Brote 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 ich geh jetzt auf Oh, Relaxo verpistig Brote für die Geld Brote für die Geld Brote für die Relaxo Brote für die Relaxo das ja gerade mal bei mir geht das gar nicht, ob ich hab bei mir bewegt sich gar nichts nein, das ist gar nicht oh wie süß was ist ein Baby Pikachu und ein Pikachu und ein Pikachu groß daneben nein nein Töte was ist das ein Baby Pikachu ein Baby Pikachu das ist immer so kaltherzig ja, wo das Todtuch bei dem Todtuch sich nur dem Panzer ein Baby Pikachu Baby Pikachu wird getötet oh wie süß gefällt mir oh, mach den Kackregen aus dein Heft nein das zieht jetzt nicht auf Schied steht die Höchststrafe wow Mammoth, ich glaub hier musst du nochmal mit TNT ran wo ich jetzt stehe ja, ich hab mir sowieso gedacht dass ich hier das große Terraforming jetzt mache wenn, wenn, ne wenn es soweit ist wenn offscreen ne, weil, weil wenn du mal schaust hier geht ne Klippe runter aber frag nicht nach Sonnenschein LOL wo bist'n du? Aua hier oben UAAAH unten ok ich bin jetzt hinter dem Berg ich bin da grad runtergefallen an der Klippe welchen Berg? Baby Pikachu ist tot also, wenn wir schon auf alle ja, genau und kann euch schon reset ähm na welchen Berg? warte, ich komme, ich komme, ich mein wow, das sieht ja aus wie die Schlagfeld ähm ne, gerade nicht ich bin, da wo du weggespielt hast, ist doch Wasser ja nicht in der Höhle da bin ich jetzt ah, hi wo bist du? hier wo ist hier? hier, direkt vor dir eins? direkt vor dir? nein doch jetzt gerade hinter dir ja, jetzt seh ich dich, ok hier, der Berg ja ich hab gerade Schaden gekriegt nochmal eben hoch hier äh äh ja und wenn du jetzt hier auf diese reine Plattform gehst und mit Shift da runter guckst dann weißt du was hier blüht oh ja oh, da bin ich gerade runtergefallen ja da sollte ich tatsächlich ein bisschen Alter, Alter, Alter unsozial und so ich hab noch neulich her ich hab nur noch neulich her ich hab nur noch neulich her sorry sorry Regel Nummer eins wenn jemand sehr nah an einer Kante steht, schubs ihn oh da halte ich mich gar da ist ein Baby-Kurkula, es muss sterben sterben oh ja, sterben ist gut boah, unser Letzt-Battle war ja auch übel, ne? ja ich glaub ich will's mir nicht angucken ne, willst du nicht nichts für schwache Nerven ach unser Minecraft-Battle war geil ja, ich hab jetzt zwei Evodies uh dann gib mal eins ab oder gib mir eins ich hab selber nur noch ich hab jetzt zwei Pokémon wow 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 also wer hat mich nochmal runtergeschubst? wow 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 ich bin nicht Marc ich bin nicht Marc ich bin nicht Marc du bist Marc du bist Marc du hast Stefan gefunden ich bin am Arsch der Welt und bist trotzdem Marc nein hast du vorhin gehört ich bin Gott der auch Marc heißt nein Bruce sei mächtig Gott ist Marc ich bin nicht zinhln 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 wofürk ich bin nicht Türke bitte 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 das heißt es nicht dass du auch Türke sprechen darfst so so richtig zunächst mal drauf zeichni mal Mut hab ich und wir sind überhaupt nicht alala mann das ist jetzt nicht zufällig irgendeiner mein Wasserstein das ist dein ich raus los Relaxo Body Slam jetzt verstehe ich einiges ich finde nie wieder zurück nein was heißt was in Kran Kranchen Kranich ist immer wieder ab so ist es ausreichend ich bin ich ist es gerade aufgelevelt da war ich halt schweiß jetzt ja du bist scheiße hey das ist doch schon jeder gemerkt das tut mir leid das ist ein bisschen nett hier zueinander zumindest ein bisschen zumindest zu tun als ob ok ich bin immer noch scheiße du bist liebevoll du bist liebevoll genannt scheiße schlicht und einfach ganz liebevoll ganz ironisch ganz nicht ironisch gemeint nett nett ist der kleine Bruder das hatten wir schon mal geklärt so ich habe einen Fossil wirklich? nein aber ich suche noch was ich mich wirklich auch frage im Moment mal wenn Relaxo in den Pokéball passt wie kann man dieses Gewicht dann mit einer Hand hochheben? Magic und dann auch noch werfen es geht einfach das ist das ist wie mit äh erklär mir den Unterschied zwischen einer Ente und was? ja es ist genau so eine selbst hier ist ein Ditto ich will es haben das ist genau so eine wo ist jetzt eigentlich das Höllenportal? weg weg achso ich sag nur Höllenportal äh Höllenportal Igitt Höllenportal Let's Battle achso haha nur hatte ich das kleinste YouTube Video der Welt also das heißt ich hatte wirklich 10 Sekunden Aufnahme ne ne wirklich ich hatte schon äh die Aufnahme hat schon gepasst aber ich hatte eben halbe Größe eingestellt das heißt achso war genau die Hälfte von 1029x1080 und das war übelst klein auf YouTube aber das kannst du doch konvertieren hast du das schon hochgeladen oder hast du das schon frei? ähm der Hamburger WHD Channel gibt es ja nicht mehr ja weil sie äh freigegeben hast du es aber noch nicht ne? ne also sie waren teilweise freigegeben aber am Hamburger WHD Channel bin ich jetzt nicht mehr ich bin ja jetzt auf dem Gaming Placer die Channel also mit ähm Thomas und den ganzen Simon du weißt ne? dass wir das erst sehr spät freigegeben hm? ja es existiert ja nicht mehr der Channel ist gelöscht warum machst du sowas? weil es kann wa? ne? einfach weil es kann er kann es nicht das ist es ja gerade aber das hat er nicht von mir achso ok was ist das hier für nen Ernst? ach bauksit wer braucht denn schon bauksit ey? das wollte mal so wenig wer braucht denn schon bauksit? oh man offscreen werde ich hier so viel Terrorforming machen das ist ihr werdet die Welt nicht mehr wieder erkennen wann bist du denn offscreen dabei? wenn ich offscreen dabei bin wer macht denn ne Flatmap draus? na nicht ganz aber zum Teil ja du lässt einen Berg ich helf dir bitte damit ich auch was zu tun hab ach bin ich jetzt 20 Kilometer von euch weg läuft das einigermaßen flüssig ok normal läuft es wieder einigermaßen flüssig warte oh ich hab ne Mine gefunden nein doch ne fünfstöckige Mine nein doch bist du in Höhle oder was? ja ok ich dachte du willst Fossilien suchen ja achso bleibst du deswegen bin ich auch in nem anderen Chunk gegangen äh Biom und da hab ich jetzt ne Mine gefunden juhu egal